Zu sehen, wie er lächelt, ist wie die Sonne zu spüren. Ihr flirtet wohl mit jeder. Sei vorsichtig mit Besh. Er hat Gefühle für dich. Was wir hatten, war Liebe. Die Dinge haben sich geändert. Oder er will sich doch für mich entscheiden. Vielleicht kann ich nicht deine Frau werden, sondern deine Mätresse. Ich will sie weghaben. Sie bleibt hier und damit Schluss. Es ist unfassbar, warum eine andere wollen. Ganze Folgen und Vorschau-Clips auf SIX.de Eine neue Folge RAINN nächsten Donnerstag, 21.10 Uhr auf SIX.